Das Thema des Jahres 2020 war natürlich das Coronavirus. Die Zahl der aktiven Fälle ist heute wieder gestiegen auf 4.465 Infizierte. Mitte Jänner soll man sich aus dem aktuellen Lockdown freitesten können und dann, wenn man negativ getestet ist, etwa in Lokale oder zu Veranstaltungen gehen dürfen. Nun wird auch immer klarer, wer das wie in Gastronomie, Sport und Kultur kontrollieren wird. Die Möglichkeit, sich frei zu testen, wird es ab dem 18. Jänner geben. Das soll auch kontrolliert werden. Das werden aber nicht die Gastwirte machen müssen, stellt der Bundeskanzler in der ZIP2 klar. Da werden die Gesundheitsbehörden Stichprobenkontrollen durchführen und die Gesundheitsbehörden können selbstverständlich auf die Hilfe von anderen Behörden zurückgreifen, wie zum Beispiel von der Polizei. Die Wirte zeigen sich erleichtert, dass sie den Gast bedienen dürfen, statt ihn kontrollieren zu müssen, heißt es aus der Wirtschaftskammer. Im Tourismus-, Sport- und Kulturbereich dagegen werden die Betreiber für die Überprüfung zuständig sein. Bei der Kunst- und Kulturabteilung des Landes heißt es dazu, dass man, sobald die genauen Regeln für diese Kontrollen vorliegen, sie auch umsetzen werde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017